Hallöchen and welcome back to unserem Park. Ich wollte glaube ich noch ein Gehege bauen, wenn ich mich recht erinnere. Die Frage ist noch wohin. Das wird ein bisschen klein. Brauchen wir das mal da lang, würde ich sagen. Ich hätte eigentlich gedacht, dass der Park größer ist, aber was ich ist, ist es nicht. Das muss ich nachher noch irgendwie vergrößern. Auf jeden Fall zu klein. Den Dino habe ich ja schon angefordert glaube ich. Eine Minute noch. Dann kommt der neue Dino. Wo ist es denn? Da mache ich den lieber. Ich glaube den mache ich lieber so. Ja, so finde ich gut. Einigermaßen zumindest. Das Strom links hinten. Ich hatte gerade noch was im Kopf. Habe ich auch vergessen. Achte, bis dahin kommt der Strom jetzt nicht. Warum mir das Gebäude jetzt auch nicht anzeigt. Keine Ahnung. So, der wird noch gebaut. Oh, ich kann mal die Zeit laufen lassen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Scheiße. Echt, du kriegst jetzt keinen Strom an der Stelle? So, ich hoffe das passt jetzt. Aufhören. Sehr schön. Oh, das sind auch noch zwei. Die muss ich mir doch gleich mal aus der Nähe angucken. Okay, die sind jetzt echt am Arsch der Welt. Ein bisschen Wasser kann ich jetzt schon mal hinzugeben. Mal gucken was die Jungs wollen. Wenn nötige Startup prüfen. Na, ich fahre ein bisschen schneller hier. Fehlender Wald. War klar. Was wollte ich denn jetzt? Genau. Offenes Gelände, Wald und Beute natürlich. Ne, Wasser hat nicht eigentlich genug. Verdammt. Verklickt. Okay. Ja. Ja. Ich glaube das war immer noch zu klein. Ich bin noch ein bisschen lustig gebaut. So, zum Wald. So, wie schaut's denn aus. wenn ich wieder auf Gas drücke. Gefahr für die Gäste. Äh, wieso Gefahr für die Gäste. Ihr seid doch komplett eingezäunt. Weißt du nicht warum das eine Gefahr für die Gäste sein sollte. Fehlender Wald. Fehlender Wald. Das Gelände. Wald fehlt noch. Okay. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Mal schauen, wie es jetzt aussieht. Ihre Airwine. Hm. Das andere für eine. Den gehe ich sogar nicht. Oh, die sehen geil aus. Okay. Euch muss ich hören. Und dann werde ich euch mal hier oben weiter warnen. Okay. So viele Fleischfresser. Verdammte Axt. Okay. Unter Umständen habe ich hier ein bisschen ungünstig gebohrt. Aber hier rüber komme ich rein. Aber hier rüber komme ich rein. Ja, habe ich jetzt absichtlich so gemacht. Sonst komme ich hier nicht durch. Weite Wege. Okay. Da kommen sie schon. Sechs Stück. Wie geil ist das denn? Transportiere Produkt. Produkt in der Luft. So. Lalalalalalalala. Wo ist er denn schon wieder? Produktzustellung abgeschlossen. Produktzustellung bestätigt. Bestätige Produktzustellung. Ranger Team. Es steht diesmal viel auf dem Spiel, wenn ich mich nicht täusche. Und ich täusche mich nicht. Wir sind dabei, eine neue Beziehung zu den Sauriern aufzubauen. Revolutionäre Ideen, weil wir so die Vergangenheit besser verstehen haben. Und wie wir das tun. Wir versuchen diese Unfälle hinter uns zu lassen. Nun, wenn ich dürfte. Es gibt keine Unfälle, nur unentdeckte Ursachen. Unser Fehler, der Fehler der Menschheit, ist zu glauben, dass wir die Wahrheit wissen wollen, obwohl uns die Lüge ausreicht. Diese genetisch erzeugten Saurier, sie sind so real, wie wir sie machen. Wir haben seit Ewigkeiten Hunde und Katzen und Nutztiere gezüchtet und manipuliert. Warum? Nicht für die Tiere, sondern zu unserem Nutzen. Und Sie denken, das tun wir auch jetzt? Sagen Sie es mir. Jeder Kontakt, egal wie winzig und begründet, führt zu Veränderungen. Ist es nicht so, Dr. Dua? Für den Moment müssen wir das akzeptieren. Unser Job, mein Job, ist es dafür zu sorgen, dass diese Tiere die beste Pflege erhalten. Dann sehen wir weiter. Ja, ja. Wie wunderbar chaotisch von Ihnen. Okay. Verdammt, so ein Mist. Aber ich habe doch eine Tür gebaut. Aber ich habe doch eine Tür gebaut. Jetzt haben wir noch hier eine. Und dann gehen wir schon mal auf Betäubungsjagd. weil wir es so richtig ist. Wir sind... echt? Die Tür, die Tür so richtig? Das ist einfach nicht, oder? Daher... Die Tür... Und dann gehen wir hier. Ich sage kurz. Aber jetzt habe ich das, was. Der fährt aber auch langsam. Ach geil, der ist von selber wieder zurück. Ne, da ist er. Verdammt. Medizinischer Scan. Okay, der kommt gleich. Da hinten ist der Zornkel defekt. So, ich kümmere mich jetzt erstmal um die, sonst hauen die noch weiter ab. So, wo ist denn das Fahrzeug? Darum können sie zumindest nicht viel anrichten. So, benötigt Statusprüfung Komfort. Da hast du noch gar keinen geprüft, du blödes Ding. So ein Mist, wo ist denn das Auto? So, da. So. 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 Jetzt aber fehlender Wald. Nicht Diagnosieren. Okay. Komfort. Hier mache ich mich gerade fertig. Keine Merkmale. Mag nicht. Mag. Okay. Neue Gebäude fehlt. Wasser ist da. Wald fehlt. So. So, die ziehe ich jetzt gerne. Die schicken wir auch gleich mal los, wenn ich dich finde. Da habe ich dich. Aufgabe hinzufügen. Okay. Ich glaube ich brauche den Hubschrauber nochmal. So müsste das einigermaßen passen. Produkttransport wird durchgeführt. Produkttransport im Gange. Zustellung wurde abgeschlossen. Unterwegs um Produkt einzusammeln. Okay, das war ja jetzt klar. Okay. Verdammt, welche Taste. Ach, scheiße. Wo ist denn jetzt schon wieder der Zaun-Effekt da hinten? Naja, ich muss eh da hinfahren, wenn ich mein Ranger-Auto finde. Direkte Steuerung. Okay, wo sind wir jetzt hin? Habe ich jetzt den mit Teurod oder nicht? Ah, verdammt. So, kann ich das jetzt erforschen oder nicht? Jetzt bin ich gerade verwirrt. Trophäer hätten eine neue Ära. Mal auf den Inseln haben wir etwas geschaffen, das so... Perfekt ist. Nun, da wir sie nicht frei herumlaufen lassen können und die Saurier nie das Leben kennenlernen werden, das sie leben sollten. Zumindest so perfekt wie möglich. Wir... sollten wohl glücklich sein. Aber sind wir das? Vielleicht. Verdammt. Okay, etwas schwörtig und ich bin es nicht. Nein. Also, was dann? Dieser Park. Das ist nicht das Ende für die Saurier. Oder? Nein. Natürlich nicht. Wie könnte es? Es ist zu gefährlich, diese Tiere derart nah an der Zivilisation zu haben. Wir werden ihnen folgen. Meinst du das ernst, Owen? Ist dir klar, was du da sagst? Wir sind ein Team. Ich kenne dich, Claire. Du wirst ihnen nicht den Rücken kehren, was auch eine schlechte Idee wäre. Mach das nie. Niemals. Und ich kann es auch nicht. Diese Tiere sind ein Schicksal, dem wir nicht entkommen können. Und nicht nur wir beide. Alle. Damit muss die Erde nun klarkommen. Ja, entweder behandeln wir den Planeten richtig oder die Saurier machen ihn zu Ehren. Okay. So. Versuchen wir das nochmal mit dem Foto. Okay. Naja, Mission abgeschlossen. Ohne dieser ganzen Tollwut. Sehr schön. Vielleicht habt ihr deswegen auch nicht mit dem Foto geklappt. Kann das so sein? Yosemite. Hm. In der Sprache des Miwok-Stammes bedeutet das Tal derer, die töten. Passend, nicht wahr? Die Starken jagen die Schwachen. Der Jäger und der Gejagte optimieren permanent ihre Größe, ihr Aussehen, ihre Stärke, ihre Sicht und Geschwindigkeit. Der Verstand wird immer besser in der einen Aufgabe, die zum Überleben notwendig ist. Hm. Die Evolution ist ein nie endendes Wettrüsten, das bis heute andauert. So ist das Leben. Es begrüßt Veränderung. Und nun sind die Saurier in das Tal derer, die töten, zurückgekehrt. Die Frage ist nicht, gehören sie in den Yosemite Park? Das tun sie ganz sicher. Nein. Nein. Die Frage ist, werden sie bleiben? Hm. Das war uns überraschend. So, das war's dann von dieser Mission. Und wir sind dann beim nächsten Mal in der Chaos-Theorie. So, herzlichen Glückwunsch zum Abschluss des Kampagnen-Modus. Probier doch als nächstes Chaos-Theorie. Okay. Jersey Park aus Hilfs, Dr. John Hammett dabei, seinen Traum von Jersey Park zu verwirklichen, während du die Grundlagen zum Erschaffen eines Dinosaurier-Parks erlernst, der sowohl sicher als auch profitabel ist. Okay, also für mich war das an sich keine Kampagne, sondern eher so eine lange Spieleinführung. Ich bin da so ein bisschen enttäuscht, ich möchte mal so sagen. Also jetzt als Kampagne. Hätte da noch ein bisschen mehr erwartet. Ich sag erstmal Danke fürs Schauen und ja, ich weiß noch nicht, wo ich beim nächsten Mal weitermache. Herausforderung, Chaos-Theorie, vielleicht auch Sandkasten. Muss ich mir mal durch die Birne gehen lassen. Ich sag erstmal Danke und ja, bis zur nächsten Runde. Bye, bye. Bye 3. Bye 4.